Rehns ist eine Stadt im Landkreis Main-Koblenz in Rheinland-Pfalz und zweiter Verwaltungssitz der zum 1. Juli 2014 neu geschaffenen Verbandsgemeinde Rhein-Mosel, der sie auch angehört. Rehns ist ein staatlich anerkannter Fremdenverkehrsort und gemäß Landesplanung als Grundzentrum ausgewiesen. Geografie Die Lage der Stadt am relativ flachen Westhufer des Rheins ist durch den Gegensatz zu den Steilhängen der Ostseite geprägt, über denen schräg gegenüber der Stadt die Marksburg thront. Rehns gehört seit 2002 zum UNESCO-Welterbe oberes Mittelrental. Verkehrsmäßig ist Rehns durch die Bahn und die B9 gut erschlossen und ins hügelige Hinterland führen zwei Routen der Rheingoldstraße. Zu Rehns gehören die Stadtteile Hünenfeld und Schauren. Geschichte Die erste urkundliche Erwähnung des Ortes erfolgte am 29. September 874 als der Trierer Erzbischof Berthold dem Kunibertstift in Köln den Besitz von Gütern in Boppert, Spai, Oberspei und Rehns bestätigte. Die Fugthei über Rehns war 1174 im Besitz der Grafen von Saffenburg, die sie für 200 Mark an den Erzbischof von Köln verkauften. Seit dieser Zeit gehörte Rehns zum Kurfürstentum Köln. Das bedeutendste Ereignis in der Geschichte der Stadt war 1338 die Bildung des Kurvereins zur Rense, in dem sich die sieben Kurfürsten auf die künftigen Modalitäten der Wahl eines deutschen Königs einigten und dem Papst das von ihm beanspruchte. Approbationsrecht absprachen An dieses Ereignis erinnert bis heute der Königsstuhl von Rehns. Am 11. Juni 1346 wurde Karl IV. in Rehns zum römisch-deutschen König gewählt. Schon um 1370 besaß Rehns Stadtrechte. 1400 wurde Wenzel, Sohn Kaiser Karl IV., als römischer König von den drei geistlichen Kurfürsten und von Ruprecht III. dem Pfalzgrafen bei Rhein, auf der Burg Laneck in Oberlandstein abgewählt. Ruprecht wurde daraufhin in Rehns zum neuen König gewählt. Anzumerken ist, dass der Königsstuhl vor 1929 direkt am Rhein stand und sich nun auf einer Anhöhe in Richtung Waldäsch befindet. Von 1575 bis 1647 wurden in Rinds Hexen Verfolgungen durchgeführt. In den Hexenprozessen wurden 26 Menschen, 23 Frauen und drei Männer wegen angeblicher Zauberei hingerichtet. Prominentestes und letztes Opfer war Margarete Altenhofen, Frau des Bürgermeisters Gerhard Altenhofen, die am 7. März 1646 hingerichtet wurde. Die Einkerkerung und Folterung fand im scharfen Turm statt. Die Hinrichtungen wurden an mindestens zwei verschiedenen Orten durchgeführt. Auf eine lange Tradition kann sich auch der Renser Mineralbrunnen berufen. Erstmals im 16. Jahrhundert erwähnt wird hier seit über 150 Jahren Mineralwasser industriell abgefüllt. Das Unternehmen gehört zu den bedeutendsten Anbietern von Mineralwissern und Süßgetränken in Deutschland. Es bietet U.A. die Marken Renser, Perling und Silvetta an. Am 7. November 1970 wurde der Gebiet Steilkrib mit 248 Einwohnern nach Koblenz umgemeindet. Seit dem 6. September 1984 hat Rens erneut das Stadtrecht, Bevölkerungsentwicklung die Entwicklung der Einwohnerzahl von Rens. Bezogen auf das heutige Stadtgebiet Die Werte von 1871 bis 1987 beruhen auf Volkszählungen. Politik Der Stadtrat in Rens besteht aus 20 Ratsmitgliedern, die bei der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 in einer personalisierten Verhältniswahl gewählt wurden und dem ehrenamtlichen Stadtbürgermeister als Vorsitzenden. Die Sitzverteilung im Stadtrat Der Wappenschild zeigt in seiner rechten Hälfte das schwarze Kurkölnische Kreuz und in seiner linken Hälfte zwei goldene Stadtschlüssel. Seit 1984 hat die Stadt Rens eine Partnerschaft mit der Stadt Bramley in Großbritannien. Kultur und Sehenswürdigkeiten Sehenswürdigkeiten in Rens Königsstuhl auf Schalwall in Rens. Scharferturm ab 1396 direkt am Rhein als Zollturm errichtet, später als Gefängnis genutzt. 1.645 Sechsundvierzigstel Inhaftierung und Folterung von zehn angeblichen Hexen und Hexenmeistern Generalsanierung Ende der 1980er Jahre Seitdem Nutzung als Veranstaltungsraum Rathaus am Marktplatz Das Erdgeschoss entstammt etwa dem Jahr 1500 sein Obergeschoss mit Giebel wurde um 1600 aufgesetzt. Deutsches Haus erbaut von 1566 zu 1570 unmittelbar am Rheinufer, besonders imposantes Fachwerkgebäude unmittelbar mit dem Rheintor verbunden im 19. Jahrhundertstammsitz der rheinischen Verwandtschaft des Malers Wilhelm von Kügelgen. Das deutsche Haus besitzt einen großen historischen Gewölbekeller. Es geht die Legende um, dass Napoleon auf seiner Flucht vor den nachrückenden alliierten Truppen dort einkehrte, während die Truppen Blüchers in der Neujahrsnacht 1813 für Zehntel bei Kaub den Rhein überquerten. Historischer Ortskern neu gestaltet mit Marktplatz, Ochsenbrunnen und vielen Fachwerkhäusern. Stadtmauer rund um die Altstadt mit zahlreichen Toren. Pfarrkirche Sankt Dionysius am Friedhof erstmals 873 urkundlich erwähnt. Bausubstanz aus dem 11. Jahrhundert mit einer überwiegend barocken Innenausstattung neu saniert mit prächtigen Gemälden. Pfarrkirche Sankt Theresia direkt beim Ortskern. Siehe auch, Liste der Kulturdenkmäler in Rennes Altes Rathaus, historischer Ortskern, Stadtturm mit Blick auf das Alte Rathaus, Sankt Dionysius am Friedhof, Sankt Theresia, Königsstuhl als Erinnerung an den Kurverein von Rense 1338, regelmäßige Veranstaltungen Rhein in Flammen, Großfeuerwerke und Schiffskonvoi am 2. Samstag im August von Spey nach Koblenz, Stadtfest im historischen Ortskern am 2. Wochenende im September, Mittelrhein-Marathon, Großsportereignis von Oberwesel bis Koblenz im Juni, Tal-Total, jährlich stattfindende Großveranstaltung, bei der Teile des Mittelrheintals ausschließlich dem nicht motorisierten Verkehr zur Verfügung stehen. Rensa Rhein-Hunsrück MTB Marathon, eine jährliche Mountainbike-Veranstaltung über die Strecken 35, 50 und 80 Kilometer mit Teilnehmern aus ganz Europa, Bella Musica am Teich, jährlich stattfindende Chorveranstaltung des Mekrens CG rund um den Königsstuhl im Juli, Wirtschaft und Infrastruktur, Rens gehört zum Weinbaubereich Loreley im Anbaugebiet Mittelrhein. Im Ort sind zwei Weinbaubetriebe tätig. Die bestockte Rebfläche beträgt zwei Hektar. Etwa 90 Prozent des angebauten Weins sind Weißwein-Ribsorten. Im Jahre 1979 waren noch zwölf Betriebe tätig. Die Rebfläche betrug zehn Hektar. Persönlichkeiten Margarete Altenhofen Frau des Bürgermeisters Gerhard Altenhofen Letztes Opfer der Hexenverfolgung in Rehns Josef Höckmaler der Düsseldorfer Schule Gabriel Hubert Isar Reichsgerichtsrat Bruno Schüller Jesuit und Moraltheologe Adolf Weiland Politiker betrug War gut Ko슷 Ra − Agrego W W W W W W Is Vielen Dank.